Tja und von den Lockerungen profitiert vor allem der Filmfrühling und unser Kollege der Philipp Köhl ist vor Ort. Sommersonne Open Air Kino heißt es nämlich da. Die Festivalmacher von Ludwigshafen haben da ja ein neues Projekt gestartet. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ja Tracy, die Stimmung ist wie das Wetter. Die Menschen hier strahlen mit der Sonne einfach um die Wette. Sie strömen jetzt auch langsam hier rein. Hinter mir sieht man die Stühle und die Leinwand ist natürlich schon lange aufgebaut. Die Leute freuen sich einfach auf den Film und sind hungrig nach Kultur. Wie viele Gäste sind denn jetzt eigentlich erlaubt vor Ort? Seit heute exakt. Gutes Timing der Veranstalter. Seit heute sind 500 Gäste erlaubt. Knapp 300 Karten wurden bis jetzt vor gut einer halben Stunde verkauft, aber die Abendkasse hat ja auch noch auf. Vielleicht sind noch ein paar Kurzentschlossene vorbeigekommen und wollen sich einen Film unter dem freien Himmel anschauen. Schön. Ja und es geht jetzt auch wieder zurück zu meinem Kollegen Philipp Kühl. Ich sehe du bist nicht mehr alleine. Wer ist denn da neben dir? Ja Michael Kötz ist bei mir der Geschäftsführer des Festival des deutschen Films. Hallo Herr Kötz. Herr Kötz, ja wie sehr haben Sie sich denn auf den heutigen Tag gefreut? Wie haben Sie den herbeigesehnt? Ja schon eigentlich seit Weihnachten beinah. Also jedenfalls war es tiefer Winter als wir die Idee hatten in diesen traurigen Corona-Zeiten, wo man alle zu Hause hocken musste, was zu machen, jetzt erst recht. Ja und das war ist die Basisidee für den Film Frühling, der übrigens nicht vom Festival des deutschen Films gemacht wird, sondern von der eigenen GmbH, die wir extra gegründet haben, um das klar zu trennen. Aber es sind dieselben Leute dahinter, das stimmt. Es ist genau dasselbe Team. Wir wollten sozusagen was zusätzlich machen. So als Ausrufungszeichen Hallo, es muss wieder losgehen. Ein bisschen Werbung für das Festival im Spätsommer, aber auch was Eigenes und haben diesen schönen Ort gefunden und die Menschen haben sich auf Anhieb verliebt in die Idee, glaube ich. Die Menschen haben sich verliebt in die Idee. Was ist denn die Idee? Was erwartet denn die Menschen, wenn sie hierher kommen? Na wir haben ein Dutzend Filme ausgesucht, internationale, auch ein paar deutsche. Wir haben jetzt die ganz schweren Tragödien weggelassen, damit das auch was Aufbruchartiges hat. Aber es sind keine nur leichten Filme. Es gibt schon was zu denken und zu erleben. Das ist ja auch unser Erkennungszeichen, dass wir nicht so billiges Kino machen, sondern schon ein bisschen anspruchsvoll, im Sinne einer wirklich guten Unterhaltung. Das ist eigentlich schon alles und das Ganze im Freien an diesem schönen Rehütte, diesem Ort, den die BASF uns so schön netterweise überlassen hat. Ja und ein bisschen Unterstützung von der Landesregierung hatten wir auch aus seinem Topf für neue Projekte in der Corona-Zeit. Leute, die was sich trauen. Das war jetzt wie für uns gemacht. Heute der Film, es geht um eine Anstalt. Ja, die Resonanz und knapp 200, 300 Zuschauer sind da. Ja, ja. Der Witz ist ja, Corona ist unberechenbar. Gestern wären es noch 250 maximal gewesen. Heute dürfen 500 hier sein. Wir haben also nachträglich sozusagen die Verkaufszahlen erhöht. Wir hatten uns darauf eingestellt, aber wir wussten auch nicht genau, ab wann es so sein wird. Aber immerhin. Und ich glaube, die Menschen nutzen jede Gelegenheit jetzt. Und es werden immer mehr werden in den Tagen. Man sollte vorbeischauen. Das lohnt sich. Und auf filmfrühling.de kann man genau sehen, was wir für Filme anbieten. Das heißt auf jeden Fall, online nachschauen. Online nachkaufen. Da muss man auch sowieso hin, um Tickets zu kaufen. Es geht nur da. Nur so geht's. Filmfrühling. Abschließend vielleicht noch kurz. Was würden Sie sich denn wünschen? Bis zum 4. Juli geht's ja hier. Das Projekt, das Filmfestival, ähm, Filmfrühling natürlich. Was würden Sie sich denn wünschen? Ja, was ich mir immer wünsche, das ist begeisterte Menschen, denen man was gibt, die nach Hause gehen, sich freuen und sagen, es hat sich gelohnt, da hinzugehen. Ich habe ein echtes Erlebnis gehabt. Vor allen Dingen, ich bin mal wieder unter Menschen gewesen. Das ist eigentlich ganz wichtig gerade. Absolut. Sehr schön. Wir haben es gehört. Die Leute sind sehr hungrig auf Kultur. Sie freuen sich auf den Film. Und die nächsten Tage, das Wetter bleibt noch einigermaßen so. Dann werden noch hier viele Filme geguckt. ARD Text im Auftrag des ZDF